Heute machen wir eine Haul, lasst ein Like, ein Kommentar da, sagt was FanP's euch ihr am liebsten feiert Und ja, wir jumpen straight right into, okay, ich retire Soll ich die Sachen auch onputten oder einfach nur zeigen? Eins onputten, zwei zeigen, Supreme, ja, hatte ich früher Okay Chat, ich put die on Erstmal, das hier Das ist ein Track, okay Als es zuerst ankam, dachte ich mir, was ist das denn für ein Emo-Track So, Bro, bitte Ich bin nicht dieser Emo Aber Dann habe ich es onputt, das war W, das ist von Cryptical Chat Cryptical, ich put das mal on Und ich feier, dass die Kapuze so big as hell ist Kann ich Loki so in Ruhe so rumlaufen Chat, bin ich ein Emo, dass ich das rock' Okay, warte Ich put die Hose mal fast On Kauf Eisbox Das ist von Cryptical Chat Was sagt ihr? Von 1 bis 10 Es wurde mir zugeschickt Hellstar Copy 7, 8 Emo Okay Ich tu das mal weg, cool Das nächste Das nächste Ist das hier Von No Vanity, okay Das ist dope Das einzige, was mich abfuckt Daran ist Dass das hier Manchmal so Fuzzeln hinterlässt Aber die Farbe sieht schon fresh aus Ich put das mal schnell on So So Boom, boom, boom Was ratet ihr das? Oh Gott Wieso bekomme ich rein und Batcha macht Striptease? Oh, hell nah Bro Geht fit 1 bis 10 Chat Was sagt ihr Chat? 6, 6 No Vanity Yes, sir Ich find's cozy Das nächste, was ich hier hab für euch Sind Sachen von Oniriquil Okay Das ist schon lit Ich würd's aber mehr feiern Ohne Backprint Sag ich ehrlich Aber ja Oniriquil Size M Ich zieh mich mal kurz um Hier T-Shirt Was sagt ihr dazu Chat? Von 1 bis 10 Chat Wie findet ihr das Shirt? Oniriquil Die Quali ist gut Die Quali ist wie bei Babe Quali ist wie bei Babe Chat Was sagt ihr? 101 Millionen Auf 10 Machen zu Dauerwelle unnötig Das ernst hat Ja, das darf Ich feier das Wie bei Babe Also dick as hell Ja T-Shirt ist dick Aber ist fresh Ist auch ein bisschen cropped Aber nicht zu sehr Also Ich find das ein W-Shirt Das ist wirklich ein W-Shirt Chat Wenn's dick ist Dann S für Sommer Bro Summers will's rocken 8, 8 8 7 Okay, dann rocke ich es auch 7 bis 9 8, 7 Okay Das ist Hoodie von denen Das ist Ernst Fresh So The Dreamlike World Und hier so Ein Mond was brennt Und hier Oniriquel Hinten gar nix Farbe ist so Creme Hier nochmal Tag Größe M Oder so Ja, M Und guck mal Von innen drin Guck mal Scharf, dicker Teddybär Teddystoff Ist da Das einzige was ich daran nicht fühle Ich glaub Ich müsste ein SS Oder so tragen Das Ich seh so Fett aus da drin Warte, guck mal Kapuze ist nicht so groß Aber Hält warm Ist fresh Ist chillig Teddystoff auch hier Ne Also wirklich Ich hab's einmal angezogen Ohne Jacke draußen Mit T-Shirt drunter Ich schwöre das Ging fit Ne Nicht enger Der Pullover Also würdest du sagen Lena So Wenn ich so abpulle So zu dir So dann Dann Okay, ich übertreib Ich hab bewahrt Was sagt dir zu diesem Pullover, Chad? Du bist nicht Yoshi mit Teddy Todkrass Gut Pedo Baby Willst du gebannt werden? Tja Warte, ich zieh mich kurz um Das letzte Piece Was ich zugeschickt bekommen hab Ist diese Harte Ivisu Jacke Von Moda Clava Moda Clava ist eine Seite Die verkaufen Designer Vintage Sachen Vintage Sachen Einfach so Secondhand mäßig Warum ist mein Caller so gepoppt, Digga Bitte Also Ich würde diese Jacke Halt nur mit so einem Schwarzen Shirt Oder Weißen Darunter tragen Dass dieses Onirike Passt jetzt nicht Aber Die ist hart Die ist hart, Chad Was sagt dir von 1 bis 10? Was sagt dir von 1 bis 10, Chad? Ist die hart You ain't safe in the safe house 10, though 10, 10 Ja, diese Jacke ist hart, Chad Und die kostet neu 400 You ain't safe in the safe house Also viele Brands haben mir noch Klamotten geschickt Oder haben mir geschrieben, dass sie mir das schicken Aber anscheinend dauert das einfach länger bei denen Deswegen mach ich heute schon diese Haul Vielleicht mach ich in paar Tagen wieder eine Haul Weil Ihr checkt schon was Schwein Ich wollte nicht mehr warten Das ist das Ding Ich hoffe, das hat euch gefallen Wir sehen uns nächstes Mal Lasst ein Like, Kommentar, abonniert Folgt mir auf Instagram